Willkommen zu einer kleinen Runde Lucky Race zusammen mit der S zu dem K zu dem R zu dem I zu dem T zu dem T zu dem Z-L-E. Skritze! Wow, du wirst das gewettet, gewinnst du aber. Ja. Aber so schön hat mich, glaube ich, noch keiner angesagt. Ja, ich muss ja auch mal was Besonderes bringen hier, ne? Ich glaube, du machst John Cena-Konkurrenz. Den füge ich jetzt aber nicht ein, das ist schon zu alt. Zu alt. Ne, das ist nicht mehr witzig, der Meme, oder? Ich glaube es auch nicht, aber... So, jetzt gibt es hier auch, wie versprochen, kein Jump League, wobei das hier, um ehrlich zu sein, fast wie Jump League ist, aber naja. Ja, ich bin gerade noch dabei herauszufinden, wo ich denn überhaupt hin muss. Hier habe ich auch, bei diesem zweiten Dingens, ne? Zweiten Modul, wo man so komisch im Bergkopf klettert. Ja, bei mir hat schon beim ersten Gehabert. Oh, ich habe direkt ein Diaschwert. Krass. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Also, ach, da sind die Lucky Blöcke. Genau, wer das... Oh, da können auch schlechte Sachen rauskommen, wir werden ins Gegenteil. Dann muss die kaputt schlagen. Genau, dann kommt da was raus. Oh Gott. Das sind nämlich von uns beiden jetzt die erste Runde... Oh, wo muss ich hin? Wie heißt das nochmal? Von uns beiden die erste Runde Lucky Race. Wer es nicht kennt, man macht hier eigentlich auch nur so einen Jump'n'Run und dann statt... Ne, wie bei Jump League hat man Kisten, hier sind dann so Lucky Blöcke, die schlägt man auf und dann sind da Sachen drin. Das sind bei mir so Lucky Sheeps. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas grottet. Ich kill die einfach mal. Also, ich hatte gerade einen Zaubertisch drin. Hä? Ich kriege die ganze Zeit nur Monster. Jetzt ist sie so ein Randy. Ist dein Steinschwert verzaubert oder lag das gerade an meinem Zaubertisch, dass meins verzaubert ist? Du kannst verzauberte Sachen kriegen. Also kann alles drin sein. Ich habe auch ein verzaubertes Diaschwert schon, richtig krass. Du? Ja, aber ich weiß nicht, ob das normal ist halt hier so, ne? Das werden wieder... Ne, ich habe noch ein Steinschwert. Ja gut, dann kannst du mir eins geben, ne? Sind wir in deinem Teamlobby? Ach ja, doch. Ich sehe es. Steht da. Steht der auch ganz dick. Jetzt ist hier noch ein Randy. Nein, jetzt habe ich die Kuh runtergeschutzt. So ein Scheiß. Die war so ein Lucky Cow. Oh, war das ein Lucky Cow? Oh, das weiß ich nämlich sogar, weil ich habe mir schon ein paar Videos natürlich angeguckt dazu. Die Dropped Goldäpfel. Oh, ja, ja. Ich habe schon zwei Stück. Ach, hattest du drei Lucky Cows oder was? Ist ja unfair. Du hast... Ja, ich hatte drei. Du hast hier schon voll den Wissensvorsprung. Ja klar, ich gucke ja auch immer das Lucky Block Battle vom Izzy, Dehner, Sturmwaffel und wer ist noch dabei? Kev. Ah, okay. Direkt Werbung hier und da... Das sind ja... Da können ja auch solche Sachen halt rauskommen. Und ich habe natürlich ein Video zum Lucky Ray schon geguckt. Ja gut. Gerade eben noch sogar. Damit ich perfekt vorbereitet bin. Ich weiß nicht... Ach doch, schon gut. Ich dachte, ich weiß nicht, wie lange das. Bei mir stehen auf einmal drei Villager drin. Ich töte die jetzt einfach. Kriege vielleicht ja was draus. Nö, ich kriege nichts. Töte sie trotzdem. Erstmal hier das Mikro ein bisschen wieder weg von... Hä, jetzt bin ich runtergefallen. Wieso hast du das Mikro wieder am Gesicht hängen? Ne, ich habe das näher zu mir hingepackt, damit vielleicht die Tastatur ein bisschen leiser ist und alles. Und dann bin ich irgendwie in dem Moment wahrscheinlich gesprungen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich runtergefallen. Ich habe nicht hingeguckt. Sauerei. Bei welchem... Wo sieht man überhaupt? Bei welchem Modul man ist? Und Chat. Bei welchem Modul bist du? Checkpoint 5 war ich gerade. Du? Ich bin bei Checkpoint 6. Oh, nicht schlecht. Aber jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ich glaube, ich kann mich nicht... Ne, ne, da kann ich mich, glaube ich, nicht retten. Ja, ich finde... Also jetzt verglichen mit dem Modul, äh, mit dem Modul, mit dem Spiel gestern. Was findest du besser? Ähm... Das finde ich, glaube ich, das hier cooler, weil ich das mit den Lucky Blöcken irgendwie mag. Weil wir haben gestern noch was getestet, das hieß, wie hieß das? Try Jump? Try Jump, genau. Okay, ja. Auf den Bergman-Server. Genau. Wird einfach auch mal noch ein Video zu kommen, das ist auch so ein Jump'n'Run-Ding, wo man aber dann Coins kriegt, wenn man die Jump'n'Run schafft und sich davon dann Sachen kaufen kann. Das ist ja... Auch ganz cool. Hast du das nicht... Mal was an... Warte, hast du das aufgenommen? Ja. Achso, ja, gut, dann... Ja, guck mal, beide Videos kommen heute, dann verlinke ich das natürlich direkt mal in der Beschreibung. Oh, super. Und könnt ihr euch das auch angucken, damit ihr wisst, was das ist. Oh, bei mir fallen gerade alle Schafe runter, alle Lucky Sheeps. Und die können... Also, weil der Blog gerade so doof stand. Und die fallen jetzt gerade alle runter, toll. Ah, das ist natürlich... Aber die Lucky Sheeps bringen, glaube ich, nichts. Zumindest habe ich alle gekillt und ich glaube, da war nichts drin. Übrigens, hast du gesehen, wie schön ich gerade eben Eigenwerbung gemacht habe? Mit dem Dingens? Ja, ja. Das ist mir gerade erst... Try Jump. Naja, egal. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe da jetzt cool Werbung gemacht, aber du hast anscheinend mich dazu überredet, dass ich da für dich Werbung mache, ne? Also, wie nennt man das? Unter schwellige Botschaft oder sowas? Marketingvertrag? Ne Scherz. Oh, ich glaube, ich habe ein Herz mehr bekommen. Echt? Ja, zumindest steht da eins mehr. Nicht schlecht. Hier ist alles drin bei den Lucky Bloggen. Ich weiß auch, mein ganzes Inventar ist voll. Das ist jetzt ein bisschen nerviger. Das wird gleich ein bisschen blöd, das alles so auszusortieren. Ja, wir haben vor allem ja noch fünf Minuten. Wie viel Zeit hat man hier insgesamt? Hast du da drauf geguckt? Ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich aber auch so sieben bis zehn, würde ich jetzt sagen. Denke ich auch mal. Aber ich glaube hier, wobei ich weiß gar nicht, ob es hier auch so ein Ziel gibt wie bei Jump League, dass irgendwer ins Ziel kommt und dann geht es schon los oder so. Hm. Aber es jetzt ist... Oh nein! Ach nein! Da waren so Slime-Blöcke und ich habe nicht drauf reagiert. Oh je, Slime-Blöcke? Ja. Meine Lieblings-Blöcke in Jump World. Ah, ja die sind echt ein bisschen tricky. Ich muss mich gerade vor allem immer ein bisschen umgucken, wo ich überhaupt hin muss und so und wo die Blöcke sind und... Mhm. Oh, guck mal an, ich habe fünf Level dazu gewonnen. Aber irgendwie gefällt mir das bis jetzt ein bisschen besser als Jump League auch, weil da verzweifelt man... Ah. Ja, man verzweifelt hier nicht so lange an einem Modul irgendwie. Die sind relativ einfach alle bis jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich finde sie an sich halt komplexer, weil irgendwie hast du ein paar mehr Wege, um die so zu beenden. Mhm. Also klar, du hast deinen Hauptweg, aber du kannst dich immer ein bisschen umgucken und es ist nicht so ganz linear wie bei Jump League. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich sind die jetzt auch nur so einfach für uns, weil wir ja schon die Jump League-Profis sind, ne? Und immer Jump League spielen. Hm. Und jedes Mal auch gewinnen natürlich. Oh, ich habe die Streitakt der Stärke. Okay. Was bringt die? Weiß ich nicht. Ich muss drei schauen. Hört sich aber stark an. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hat Stärke im Namen. Muss gut sein. Ja, und jetzt habe ich hier wieder so einen Zaubertisch. Aber, ähm. Ich hätte auch schon einen. Ich muss jetzt eigentlich verzaubern. Ja, hast du auch alles verzaubert, so das ganze Cripp? Ja, ja, ja. Das ist bei mir alles schon verzaubert gewesen. Ah, guck, es gibt ein Ziel. Oh, fuck. Ja, jetzt muss ich ja alles noch aussortieren hier schnell. Gott, oh Gott, oh Gott. Das darf noch nicht losgehen. Ich habe gar kein Essen, glaube ich. Ich habe gar kein Essen. Ja, ich habe nur die goldenen Äpfel. Jetzt müssen wir uns erst mal finden. Okay, okay. Ich bin bei so einem Ziegelhaus. Siehst du die Ziegelhäuser? Oh Gott, hier ist schon ein Team, was mich angreift. Ich weiß, ich bin irgendwo in so einer Art Wald. Scheiße, ich glaube, ich werde sterben. Aber man hat hier hinter mir, oder was? Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Okay, dann drehe ich um. Mit meinem Steinschwert hin. Ach ja. Ja, dann lass uns doch erst mal von denen absetzen, damit ich dir ein Diaschwert geben kann und sowas. Ich habe gerade erst mal dein Zeug eingesammelt, nachdem du das als du den Boden geworfen hast. Ich habe doch nichts auf den Boden geworfen. Nee, ich habe nichts auf den Boden geworfen. Okay, dann gehörst du dem anderen. Komm. Ja, dann komm hier hoch, komm hier hoch. Da hoch? Ja. Okay, okay, okay. Oh, nee, da sind auch Gegner. Egal, die können wir feiten. Die sind nämlich kein Team. Ja, deswegen. Einer ist tot. Erst mal den mit der Diamanten. Oh Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe dich gekillt. Ja, du hast dich getötet. Schön, schön, Ryan. Ups. So geht man mit seinem Team um. Ups. So macht man das. Was coolig ist, man hat fünf Leben und nicht nur drei. Das heißt, das ganze PvP dauert auch ein bisschen länger. Wobei, dafür hat man halt krassere Waffen. Also geht wahrscheinlich ungefähr gleich schnell wie bei Jump League. Ja, kommt drauf an, wenn du genau so lange wegrennst, nicht, ne? Ich renne ja nicht weg. Ich suche ja immer den Fight. Oder erst mal suche ich jetzt dich. Ja. Mein zweit Name ist übrigens Fight, mein Schatz. Hier, ich mische einfach überall mit wieder. Einfach Leute angreifen. Ich dachte, du suchst mich. Ja, doch, das auch. Oh Gott. Ich putze mal einen goldenen Apfel. Aber kriegt man hier überhaupt Hunger? Weil ich habe bis jetzt, musste ich noch nichts essen. Na gut. Ist ja auch ganz cool eigentlich. Oh, da hat jemand. Oh, ich werde verfolgt die ganze Zeit. Wo bist du? Ich bin jetzt wieder, glaube ich, da ungefähr, wo wir vorhin waren. Ah, ich habe dich. Die Map ist kleiner, ne? Echt? Du warst das gerade? Ja, ich war das gerade. Ich bin hinter dir. Unter anderem. Ich habe vier Herzen. Oh Gott. Oh ja. Ich versuche. Oh, ich habe dich geschlagen, glaube ich, mal wieder. Ja, ja. Mach ruhig weiter so. Schlaf. Ja, tut mir leid. Nein, damit bist du erfolgreich. Ich werde hier halt noch zum Frauenschläger. Lass uns jetzt hier hingehen. Komm. Gehen wir mal. Hier, hallo. Oh Gott, oh Gott, da sind doch ganz viele Leute. Nein, ihr habt meine Goldäpfel. Ich wollte doch noch weiter rennen. Ja, ich wollte aber nicht rennen. Ich konnte ja immer noch nicht das Diaschwert geben. Ich habe auch verzauberte Eisenhelme und so. Jetzt kann ich mir aber erstmal... Ich habe auch Tränke der Heilung, sehe ich gerade. Ja, ich habe auch zwei Tränke und eins. Warte, hast du fünf Goldäpfel? Ja. Da habe ich die sogar bekommen. Okay, super, super. Aber hast du mir alle gegeben? Ja, ich wollte eigentlich die Hälfte portionieren, aber dann wurde ich geschlagen und habe sie aus Versehen aus der Hand verloren. Wer kennt das nicht? Ich habe wen gekillt. Aber ich würde dich jetzt echt mal ganz gerne finden, so Equip austauschen und sowas. Du weißt, du weißt Bescheid. Ich weiß natürlich Bescheid. Ja, ich gucke mich hier gerade um. Ne, das sind drei, die kämpfen. Wie viele Leben hast du noch? Zwei. Ähm, ich habe noch zwei Leben und im Moment minus drei Herzen. So, voll und dann minus drei. Oh Mist, ich werde hier leider... Oh, ich habe dich gefunden. Ah ja, ja. Oh, Hilfe, die mich auch. Ja, ich will nicht dich schon wieder aus Versehen schlagen. Das wäre ganz nett. Okay, der ist tot. Oh, Hilfe. Komm, 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 komm. Okay, komm. Rennen ein Stück noch. Oh, fuck, jetzt ist da wieder jemand wieder. Hier rechts, hier rechts. Mann, ich will doch mal eigentlich Items geben. Hier lang. Okay. Okay, hier suchen wir eine Ecke, die wir für uns haben. Mach nicht Schein. So, pass auf, hier. Zack. Brauchst du noch irgendwas? Dankeschön, dankeschön. Ne, ich glaube, ich habe nichts, was... Boah, du hast eine DIA-Chessplate. Oder hast du noch drei gegeben? Ja klar, du kriegst die... Brauchst du noch irgendwas? Oder? Ah ja, warte, ne. Falls du DIA-Hose-Chessplate hast... Boah, was? DIA-Chessplate übrig? Krass. Nice. Gut. Ja, ja, die habe ich irgendwo... Die, da habe ich aufgesammelt. Ich finde, das ist immer so begrenzt schlau, die guten Dinge auf den Boden zu werfen, weil dann kommt wieder irgendein Idiot und klaut sich das. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen Action machen. Action machen. Genau, und ich bin direkt von dir weggelaufen. Noch nicht schlecht. Ja, danke. Gutes Team. Komm, da hüpfen fünf. Okay. Einfach rein, einfach rein. Ja, einfach rein. Ne, Ryan? Ich halte uns den Rücken frei. Oh, der hat einen Wogen. Ja. Okay. Aber bringt ihm nichts. Ja, ich renne ihm mal hinterher. Okay, vielleicht renne ich ihn nicht hinterher. Auch Mann. Ah, jetzt. Oh, der hat irgendeinen Trank getrunken. Es gibt auch so Lucky Potions. Ja, aber ich glaube, das war ein Trank der Heilung. Okay. Weil der hält... Ah, ja. Jetzt ist er tot. Tränke der Heilung hast du oder brauchst du eins? Habe ich zwei. Okay, warte mal. Kann ich dich hier vom Tracker runternehmen? Ich habe auch Emeralds. Ne, sorry. Ich wollte dich nur runternehmen. Ja, mit Rechtsklick wäre das Winder. Oh, der ist ja wieder. Was? Mit Winder wäre es mit Rechtsklick. Ja, ja, das habe ich ja gemacht. Oh, du hast mich geschlagen. Oh, jetzt bist du in mich reingelaufen. Ich trinke mal kurz einen Trank der Heilung. Hm, ich chase ihn weiter. Ach, komm schon, Alter. Ah, Trank der Heilung gibt vier extra Herzen. Mensch. Echt? Ja. Trinke ich auch mal einen. Nur um das zu sehen. Boah, ah ja. Du hast goldene Äpfel, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt den Heilungstrank drin. Der ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Alter, wie gut der mich trifft. Ja, ich bin auch etwas überrascht. Vor allem das PVP hier geht wirklich länger. Ja, ich bin auch schon gespannt, wie lange der Part dann ist, wenn das jetzt... Oh mein Gott. Alter, wie legt der denn... Dann musst du halt die ungewitzigen Stellen wegkappen. Also im Prinzip immer, wenn du redest. Ja, danke. Hä, der... Achso, warte, das war ein anderer, der mich jetzt gekillt hat. Schon gut. Ja, ich habe dich gesehen. Ah, nee, das war wieder der Kaiser, den wir schon zweimal getötet haben. Achso. Ja, die sind schon ganz gut equippt. Ja, die kämpfen aber gerade gegeneinander. Also will ich sie dabei nicht stören. Ich sehe nicht, ich bin hinter denen gerade. Ich snake aber vor allem einen Goldapfel. Optimal. Ja, aber ich werde jetzt hier gerade von Maxi angegriffen. Und er hittet mich aber richtig krass. Was ist denn los mit dem? Okay, der hat aber auch einen... Komm schon, stirb doch jetzt, Max. Ich sterbe. Mit meiner Maus, ne? Wie hat der mich denn... Hat der der... Vielleicht hat der so krasse Rüstung gehabt, ich weiß es nicht. Ich kann mit meiner Maus gerade schon wieder mich schlagen. Oh, du bist ganz tot, ne? Ich dachte, wir machen das Rennen hier. Naja, gerannt bin ich. Ja, geil. Ach, halt mal noch. Ich vergesse heute die ganze Zeit, dass man einen Kompass hat. Oh, da ist wieder der Max. Jetzt kommt die Rache. Oh, der hat aber besseres Equip als ich, glaube ich. Ja, viel besser. Aber er hat trotzdem Rente. Und da kommt der andere. Ach nee, das ist ein Teammate, oder was? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass... Doch, die Team. Okay, die Team. Oder sie haben sich bloß gegen einen schwarzen verwendet. Das kann natürlich sein. Ich sollte mir einen weißen Minecraft-Skin zulegen. Du solltest dir am besten so einen weißen Tiger oder sowas zulegen. Das wird auch Schneeke. Findest du nicht? Nee, am besten ein weißes Mädchen. Mit Hotpants oder so. Ja klar, und Hotpants. Soll ich dir meinen alten Skin geben? Ach komm, ich habe jetzt auch keine Lust die ganze Zeit wegzurennen, ne? Ja gut, jetzt hast du gerade... Mann. Ja, ich hatte aber halt auch relativ wenig Leben. Oh, was ist hier? Die Hose, die nehme ich doch. Liegt einfach so auf dem Boden rum. Wie, du ziehst einfach eine alte Hose von wem an. Hä, machst du das nicht? Wenn ich in echtem Leben was auf dem Boden finde zum Anziehen, ziehe ich das auch immer an. Ah, das erklärt einiges. Aber es leben doch noch voll viele, oder nicht? Wo sind denn die anderen alle? Ich finde die ganze Zeit immer das Team. Ich habe leider kein Interface. Kämpfen die alle, oder was? Entweder bin ich zu doof, das gerade zu reaktivieren, oder es ist einfach nicht da. Ich sehe jedenfalls nicht mehr, wer lebt. Aber ich finde nur die beiden. Egal, ich will jetzt nicht die ganze Zeit noch hier, ne? Wie so eine Pussy wegrennen. Deswegen mache ich jetzt eins versus zwei. Ist kein Problem für mich. So einfach geht das. Bam, beide tot. Aber jetzt... Ach, man kann... Ach stimmt, man kann nicht nachgucken, wer noch am Leben ist. Aber rechts stehen halt noch voll viele Namen, ne? Deswegen. Ja gut, du kannst ja mal ein bisschen rumfliegen. Ja, guck mal, hier oben sehe ich direkt schon einen, der am Campen ist. Moment, Moment, ich fliege da auch gerade rum. Der Marmel. Steht da einfach nur so rum. Ja, aber das Problem ist halt auch... An sich dachte ich, die Map wäre nicht groß. Aber die ist schon ja ein bisschen größer. Und ich glaube, dass jetzt ja das Team einfach auch gegen sich jetzt kämpfen wird. Weil die denken, es lebt auch keiner mehr. Und dann... Ja gut, die können das ja aber sehen. Stimmt, ich habe auch gerade den gefunden, der da oben einfach rumsteht. Ich fliege gerade einfach ein bisschen nach oben. Jetzt lasse ich mich fallen. Wie langweilig das doch einfach sein muss, wenn du auf die ganze Zeit stehst. Man kann nicht aufhören zu fliegen. Ach, der wird jetzt hier dieses 30 Sekunden in der Mitte machen, ne? Naja, egal. Ich würde jetzt einfach den Party beenden. Ist ja jetzt auch egal, wer gewinnt so lange. Bring es zu Ende. Wenn ich das jetzt nicht war. Ich bring es jetzt zu Ende, Leute. Danke fürs Zusehen. Server und so, alles in der Beschreibung. Und guckt euch mal TryJump an bei der Skritzel. Das kommt ja auch jetzt gleich, ne? Wird das hochgeladen. Wahrscheinlich von meinem Video. Wenn ihr das Video jetzt seht, ist es schon online gegangen vor der Stunde oder so. Deswegen, äh... Wenn alles klappt. Genau, schaut auch mal vorbei. Danke fürs Zusehen. Habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Und, äh... Tschüss. Kann man nicht genug sagen. Tschüss.